Moin Flazen, hier ein kleines Transfer-Update. Der FC Schalke möchte noch mal auf dem Transfer zuschlagen. Und zwar in der Verteidigung möchte man sich verstärken. Moritz Jens soll der mögliche Kandidat sein, der von FC Lorente zur Zeit an Celtic Glasgow ausgeliehen ist, der 23-Jährige. Soll ebenfalls per Laie nach Schalke kommen mit Kaufvertzungen. Wie hoch die Kaufvertzungen ist, weiß man nicht. Doch Schalke soll angeblich den Zuschlag bekommen und ihn noch in diesem Winter verpflichten. Ciao, ciao.